Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist der DAX-Handlose für Donnerstag, den 11.02.2021 und ich muss an DAX ein bisschen anschnallen, dass der Teddybär nicht nach vorne runterfällt. Der DAX hat eine interessante Situation angespielt jetzt, also das wird interessant. So von, ich muss ganz ehrlich sagen, von der ersten Bewegung her, die er so reingestellt hat, dachte ich, gleiches Spiel wie gestern halt. Na, es ist wirklich so ein bisschen so, wie früh einfach ein bisschen runterstellen, dann einfach zur Seite hochhampeln und dann kam ja auch Donnermann eine ganz schöne Stoßkerze rein, also der hat er gut nach unten gedrückt und dann hat man ja hier gesagt, wenn er unter 9.60 wegmacht, dann wäre hier eben dann auch eben Platz bis auf die 13.8.60, 13.8.30 und ja, die ist es geworden, 13.8.60, 13.8.30, von dort hat er sich erstmal wieder ganz gut stabilisiert, einmal von unten an diese Kante auch dran, an die 13.69, was auch so ein typischer Move, sag ich mal, vom DAX macht er ganz gerne. Sprich, da wäre jetzt nach unten auch eigentlich das Feld voll offen halt, ne, müsste jetzt nur in den Kanal wieder eintauchen und dann geht es tief, dann, das erste Ziel hätte ich so eher im Bereich um Gap Close hier 6.50, aber auch hier so ein kleines Hoch auf 27. 27, 6.50, das wäre mein Ziel, wenn der jetzt wieder hier eintaucht, das heißt, wir können jetzt hier in dem Sinne einfach mal, einfach mal noch einen Trigger mitnehmen, den hier unten reinlegen und dann sagen, haben wir keinen einzigen Abwärtspfeil drin hier, Verbrechen. So, nehmen wir den, drehen uns den um und sagen einfach, okay, wenn das Missvieh jetzt hier unten abhaut, dann gibt das Spielraum, gibt das Platz. Ja, also wie gesagt, so 27, 6.50, das wäre so meine erste Anlaufstelle. Ich glaube, da kann er ganz gut rein, wenn ich jetzt nochmal Pi mal Daumen gucke, ist das so etwa auch so ein 1.60er Retracement, was hier liegt, das ist bestimmt ganz nett. Jetzt bin ich schon, müsste man eigentlich schon fein nach oben, reinziehen, ach komm, mach mal auch, mach mal auch, mach mal auch, also in die Richtung, kann man gut vorstellen, dass das nach oben reagiert, ähnlich wie wir das hier gemacht haben, muss ja deswegen von dort nicht auf 19.000 steigen, aber reagieren wird es bestimmt. Ja, also können wir, können wir hier die Zone so ein bisschen, ein bisschen hervorheben. 27.50 bis 6.50, das wäre eine interessante Spielzone ab dem Moment, wo unser DAX hier drunter einfach abtaucht und 8.30. Ich meine, die 800 ist ja auch eine wichtige Marke, das ist auch eine wichtige Marke, aber die steht halt hier echt ein bisschen frei, das weiß nicht, das wäre mir jetzt zu heiß dazu sagen, von 800 hart hoch. Aber man muss am Donnerstag aufpassen, man muss sehr, 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 sehr doll aufpassen auf die Stundenkerzen auch. Ne, Donnerstage, die haben oft viel, die haben oft viel Schlagkraft, die haben auch viel Umkehrkraft, wie so ein Dienstag. Das Ding ist halt, ein Dienstag, der hat immer diese Umkehrschlagkraft nur einmal am Tag, der Donnerstag, der hat die zweimal oder manchmal sogar dreimal. Na, also ein Donnerstag, der kann sehr, sehr, sehr große Strecken schieben und harte Umkehren reinschlagen. Also, na, wirklich an össerisch eine Stelle suchen, das kann hier unten 6.50 werden, das kann aber auch so 800 zum Beispiel sein, hier einfach mal kurz unten dieses Tief drunter tippen und komplett wieder zurückscheuern. Das ist auch so, das würde eigentlich auch ganz gut zum Donnerstag passen, und deswegen, da vielleicht ein bisschen aufpassen, hier 8.30, 8.800, kommt da eine lange grüne Schlagstundenkerze nach oben. Also wirklich, vielleicht ein kleines Abwärtsgap auf, ich sag mal, 8.80, und dann kleckert es sich hier runter, schlägt auf die 800 und presst eine harte, wirklich prägnant markante grüne Stundenkerze, so dass ihr da vorsitzt und sagt, so was könnt ihr gemeint haben, aber wie kann ich die jetzt noch handeln, die ist ja so groß, dann ist es die richtige. Und wenn er so eine bringt, dann muss man echt einplanen, dass der bis hochsteuern kann. Einmal komplett die ganze Soße zurück, 14.20 und hier oben wieder rein, 14.80, 14.100. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn harte grüne Kerzen kommen, weil an sich ist das eine schwache, hat sich jetzt ein schwache Bild reingedreht. Er ist zwar noch hier auf dem Pullback, das heißt, also rein von der Bewegung her ist es noch positiv. Man könnte jetzt auch hingehen und könnte sagen, hier, pass auf, wenn das jetzt hier die Welle 1 war, das ist die Korrekturwelle dazu, ach Mensch, das ist hier verkehrt rum, Moment, das haben wir noch nie gemacht mit Trading View, hast du ein bisschen zurecht piepeln, wie machen die das? Die machen das nicht so, wie ich das will, ich will es andersrum haben. So, Moment, ihr seht gleich, worauf es hinausläuft. Nehmen wir das. Wir könnten auch eine Projektion nehmen, aber das finde ich hier schöner. So, ja, genau, das habe ich nicht vermutet. Also, wenn wir nämlich sagen, das ist hier die Erzwelle, das ist die zweite, das ist vielleicht so eine dritte Antriebswelle, das ist jetzt die vierte, also die zweite Korrekturwelle zu der, dann hätte hier so um 8,20 rum eine Welle 4 Ende letztendlich, also das Ende von der zweiten Korrekturwelle, wenn das ein Impuls werden soll, ein fünffelliger Impuls, dann zack, 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 pullback, ja, also pullback auf den Ausbruch, passt auch super in die Schautechnik rein, hier einmal drauf und ab die Kiste. Das heißt, wir passen das hier jetzt ein bisschen an, nehmen das hier runter, sagen jetzt, wenn, wenn ja, dann will ich nur noch 800 haben, ja, passen, packen den hier runter und dann ab die Luzi bis 27, 6,50, das ist drin, ähm, aber passt, wir passen hier ein bisschen auf, auf der 8, 30, wir ziehen das vielleicht mal noch ein bisschen rüber, dass man sieht, das hat noch Gültigkeit, ey, komm, spiel mit, ach, wenn Assistenzsysteme eingreifen, das ist, kann ich schon im Auto nicht leiden, so, hallo, du Mistvieh, das gibt's da nicht, seht ihr das, er will nicht da runter, er will nicht, werde ich nicht, bist du nicht wirklich, so brauche ich Gewalt, so, haben wir das gelöst, also, dann, was haben wir jetzt gemacht, ähm, wartet mal, ich, ich, ich fummel hier mal kurz ein bisschen was zurecht und dann, dann sprechen wir gleich nochmal, so, jetzt haben wir das erstmal wieder optisch ein bisschen ins Gerade gerückt, also, das wäre auf jeden Fall so das, das Abwärtsrisiko, was ich sehe, wir haben hier unten halt noch das Gelb, wir haben die 27, das ist soweit drin, ähm, die 8,15 ist nochmal interessant, ich glaube, dazwischen, da wird nicht viel kommen, also, wenn, eigentlich, eigentlich schon unter 900 halt, ne, also, wenn der hier unter 900, unter 8,60, das ist alles, das ist schon weg, runter, das ist dann, das ist nochmal Abwärtsrisiko, das heißt, in dem Moment, wo er Freitag geht, anfängt nach unten zu taumeln, ich glaube, der wird auch bis hier runterlaufen, der macht dann nochmal ein neues Tief rein und dann muss man hier bei 8,20 halt aufpassen, also, hackt er dann hier auf die 8,20 drauf und hackt einen, hat einen Stoß rein, dann, ähm, wäre wichtig zu verstehen oder zu wissen, dass wir im Markt halt immer wieder einen Trend haben, der meist 5, also, ein bisschen Wellentheorie mal im ganz Groben, ne, dann hat man so eine Korrekturbewegung, häufig gerne auch mal als Flacke, ja, wartet, wir machen das ganz schön anders, dann, dann erkennt ihr vielleicht auch die Zusammenhänge, 1, 2, 3, 4, 5, dann kleine Korrekturbewegung und dann hat man wieder 1, 2, 3, 4, 5, so, und das funktioniert über alle Einheiten hinweg, ja, dann hat man hier so eine kleine Flacke, die bricht dann immer irgendwann und dann macht er wieder 5 raus, so, wenn wir jetzt das so mal dagegen legen, nehmen das, was wir hier haben, jetzt muss ich aufpassen, sonst seht ihr das nicht mehr, so, dann ist das hier, das ist der Teil, ja, dann haben wir hier den, den Schlag zurück, das ist dann der, dann kommt hier diese, 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 diese lange, leicht gebogene, das ist dann die dritte, dann kommt eine vierte, das ist dann das und dann schlägt er oben raus, so, und dieses Rausschlagen, das wäre jetzt eben hier noch eine Antriebswelle, die, die dann eben draus kommen könnte, um dann noch was draus zu formen, so, und im Großen und Ganzen, ähm, macht das nämlich auch Sinn, weil wir nämlich von hier unten gekommen sind, und wenn wir dann rauszoomen, erkennen wir auch hier, ja, dann seht ihr hier diesen Channel, der so flach nach unten wegkippt, ein bisschen dreiwellig aufgebaut ist, dreiwellen, die haben wir hier, einmal runter, dann einmal hoch und dann zack, 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 nach unten, und jetzt treibt er wieder nach oben an, also von daher, nehmt mir die 13, 8, 15, ne, 13, 8, 20, nehmt mir die, die Angst einfach, das ist eigentlich alles, was ich hier jetzt euch zeigen, oder erklären, oder herleiten wollte, weil das eben aus Elliot Wellensicht, ein attraktives Niveau ist, um sich nach oben zu schlagen, und es gibt viele, auch größere Händler, die auf sowas dann anspielen, halt, ne, die dann da versuchen, Impuls zu traden, und dann könnte ich mir vorstellen, dass die hart nach oben kommt, das heißt, das wäre ein Punkt, wo, äh, ich gucken würde, ob eine grüne Kerze kommt, und einen Long rein, hier unten wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, gucken, ob grüne Kerze ist, Long rein, macht er hier oben Matsche, kommt nichts Grünes, legt er, äh, legt er sich hier nur rot rum, Short, Short bis hier runter, macht er hier unten nichts, macht er 8, 8, 20 nichts, keine grünen Kerzen, nehmt Tempo raus, macht hier irgendwie zur Seite hier drunter, und fängt dann wieder an zu fallen, Short rein, dann nochmal runter bis 27, auf 6, 50 kann man mal hintreten, das sind zwei schöne Ziele, also das, das, so, so würde ich jetzt einfach an den Tagrand gehen, ne, aber die 8, 20, äh, passt auf, die kann genauso schön knallen, wie die 8, 30 schon geknallt hat halt, ne, so, und, ähm, das kann auch schnell kommen, und wenn da eine lange grüne Stundenkerze kommt, ich pack was dahinter, ja, so, dann andere, andere Geschichte, oben, Trend, hier, wenn das wirklich eine Welle 4 ist, die kann ja auch hier schon zu Ende sein, und der treibt jetzt wieder nach oben an, wäre mit Bruch dieser Linie, genau das gleiche erreicht, was wir hier im Großen sehen, ne, das heißt, der Markt könne dann ausstoßen, ausbrechen, so, und, äh, beim Ausbrechen erreicht er immer dieses vorherige Hoch dieser Bewegung, dieser, dieser Kante, und meist sogar noch ein bisschen mehr, meist sogar eher deutlich mehr, das ist hier schon eher ein Rohrkrepierer, aber er ist, muss ja noch nicht fertig sein, kann ja sein, dass hier noch was hinten her, hinten raus ran geschoben wird, übrigens, wenn er loszieht, wäre hier tatsächlich Ziel auch oberhalb von 270 zu sehen, eher im Bereich um 14,400, wenn er das gut gestellt kriegt halt, ne, aber, ähm, so eine Länge von der, der würde sich dann an den Längen hier orientieren, ne, entweder mindestens das, eher an dem, und dann würde er das nochmal oben rausstellen, und das würde so, wie ich mit der Maus jetzt hier zeige, so in dem Bogen würde das dann ablaufen, aber da muss ich 8,20 hart kommen, und schön nach oben getragen werden, okay, so, andere Geschichte, sollten wir hier brechen, ähm, zu dem Bereich hier, denkt euch mal hier so eine Linie, könnt ihr vielleicht in kleineren Zeiteinheiten ziehen, auf dem 5, oder wie auch immer, 15, je nachdem, was ihr da zur Hand habt, haben wir hier so etwa um 14,000, 14,20 im Bereich, das wäre jetzt eine kleine Shortzone sogar, das wäre jetzt ein Widerstand von unten kommen, das heißt, dreht er sich hoch, in die 14,20 rein, drückt da unten, und man sieht, okay, da kommt jetzt Stress auf, kann man da auch Short probieren, und sich über der 14,20 einfach absichern, ja, das ist wahrscheinlich sogar die, die, die engste oder schnittigste Stelle, die man bekommen kann, zum Donnerstag, das wäre dann Short Möglichkeit, von dort kann man auf einen Gap Plus schießen, wenn zum Beispiel ein Aufwärtsgap reinkommt, ja, oder sogar nochmal ein bisschen unten auf die Kante ziehen, und das wäre durchaus legitim, sollte das dann irgendwann auf Einstand sichern, weil ich glaube, wenn der Markt hier drüber geht, über die 14,20, dann hat er dann auch um Freifahrtsschaden, weil dann wird er wahrscheinlich auf die Welle anspringen, und die, und das kann dann durchaus sein, dass er dann erstmal bis 14,80, 14,100 wieder durchrennt, 14,130 auch vielleicht sogar, hier ans Band ran, ja, also, so oberhalb von, ich sag mal, 14,20, können wir auch mal einen kleinen Trigger mit reinnehmen, so ein Mini Baby Trigger, würde ich schon sagen, ein bisschen aufpassen, in dem Moment, wo er das dann bricht, wir können das ja vielleicht mal so machen, in dem Moment, wo er das dann vielleicht bricht, machen wir den dann gleich noch ein bisschen andersfarbig, hätte er auch ein bisschen Potenzial, nach oben raus, ne, das wäre dann so im ersten, ersten Startdurchschuss auch, 13,130 drin, dann vielleicht nochmal kurz runter, und dann Stück für Stück einfach weiter, ne, gerade so Freitage, die machen sowas gerne, früh rein starten, früh ein bisschen schwach rein starten, dann lang durchziehen, sieht man sehr, sehr, sehr häufig, ja, guck mal, weiß nicht, erkennt man das so, das haben wir so sonst noch nie gemacht, haben wir ein bisschen Bammel, dass diejenigen, die jetzt die Analyse nicht sehen, sondern auch gucken, dass sie das nicht schnallen, wartet mal, muss ich mir kurz überlegen, wie ich das mache, so, mir gefällt das immer noch nicht ganz, aber ich will da nicht zu viel Aufmerksamkeit trinken, bloß ein bisschen, dass man das erkennt, dass das ja eigentlich so eine, auch ein Korrekturmost sein kann, ne, das ist eine erste Welle, eine zweite, eine dritte, kann ein schönes APC sein hier runter zu, ähm, auch wenn auch ein Schlag fehlen könnte, aber wenn der 8, oh, die 8,18, also, pff, wenn da eine grüne Stundenkarte kommt, das fände ich schon schick, das fände ich schon schick, ja, gut, damit haben wir eigentlich erst mal soweit alles Torsch, den hier oben, den können wir auch mitnehmen, den können wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen höher ansetzen, weil, der gibt uns ja dann später Schub, so auf 1,40, oder irritiert das jetzt, also ich will das jetzt nicht links zu rechts ziehen, ich würde ihn gerne auf 1,40 haben, das war dieses alte Hoch, und dann könnte man in die Richtung erst mal arbeiten, so, der kommt wahrscheinlich auch noch mal runter, so, und dann haben wir langsam einen Schuh draus, und dann kann ich jetzt auch zumachen, ja, so, zack, zack, sind wir auch kleinteilig unterwegs hier, also, gucken, ob er uns das wenigstens belohnt, oder ob er mir direkt in die Nase haut, und nichts von all dem macht, ja, das sind, das, das sind meine Kerngedanken zum Donnerstag, ähm, oberhalb von 1,40, die 1,40 ist, finde ich super interessant, 1,40 bis 1,40, das ist ein schöner Bereich, um sich runterzudrehen, geht da drüber, glaube ich, hackt da gut, gut, gutes Stück durch, das kann durchaus 1,30 werden, ähm, das auf der Oberseite, sollten wir unten unterhalb von 1,3900 verschwinden, achtet mir ein bisschen auf die 1,3820, 1,3820, die hat schönes Schlachtpotenzial nach oben, ansonsten kippt der Bereich, ähm, dürften wir 13,27 und 13,650 erwarten, so, und das sind die Punkte, na, nicht hinstellen und sagen, ja, Hilfe, oh Gott, was soll ich denn davon jetzt traden, guckt, guckt, was kommt, ne, wenn ihr nicht nach oben rennt, braucht ihr euch nicht die Gedanken machen, was ihr mit 14,20 macht, dann guckt ihr hier unten hin, ne, guckt euch, was macht ihr an der 9,18, könnt ihr das traden, oder an der 8,20, so rum war's, 8,20, ne, ähm, macht ihr nichts nach unten, und drückt nach oben, guckt euch die 14,20 an, ne, seht ihr, dass er da drunter dreht, Short probieren, seht ihr, dass er gerade durchrennt, ohne überhaupt was zu drehen, dann könnt ihr vielleicht noch ein Stückchen Long mit aufspringen, bis an die 14,1,30, 14,80 ran, ne, und so einfach vorgehen, Stück für Stück, ähm, mehrere Bausteine sehen, wir müssen, ich, ich als Analyst muss einfach davon ausgehen, dass ich nicht weiß, was kommt, und der DAX alles machen kann, und deswegen muss ich versuchen, die Muster, die ich sehe, so zu platzieren, dass ich sagen kann, okay, wenn das kommt, so und so reagieren, guckt mal nicht, nicht, nicht aus keinem anderen Grund, haben wir gesagt, wenn er unter 14,000 fällt, kann er auf 8,60 und 8,30, ist genau die gleiche Herangehensweise, ne, und das machen wir hier Tag für Tag, immer und immer, immer wieder, und nutzen dann halt die Momente, in denen der DAX einfach das macht, was wir wollen, ohne dass wir versuchen, jeden Tag richtig zu liegen, und immer was zu nehmen, wenn wir merken, der DAX macht das nicht, was wir wollen, dann gehen wir raus, dann lassen wir uns ausstoppen, ja, aber wir versuchen in dem Moment, wo der Markt das schön spiegelt, was wir, was wir traden wollen, versuchen mitzugehen und Geld zu verdienen, versuchen einfach mit den großen Jungs mitzuschwimmen, und das, das ist was, was im Trading funktioniert, wenn man sich hinstellt und sagt, naja, Lockdown und so, muss ja alles fallen, hat man in der, zumindest, ich sag mal, in den letzten 10 Monaten nicht sonderlich viel Geld mitverdient halt, ne, das ist einfach so, ja, und deswegen sind die technischen Muster einfach eine schöne Hilfe, ähm, um punktuelle Risiko am Einstieg einfach zu finden, und halt einfach ein bisschen Geld zu verdienen, ohne dass es darum geht, dass man richtig liegt, und man irgendwelche Wirtschaftssachen richtig berücksichtigt, oder das ist scheißegal, es geht wirklich nur um die Muster, die die großen und kleinen Marktteilnehmer hier hinterlassen, weil sie einfach Angst und Gier immer wieder im gleichen Maße aufeinander bringen, und die Leute immer wieder die gleichen Fehler machen, immer wieder, ja, die Leute, seit ich den Quatsch mache, die Leute schreiben die gleichen Sachen, wie am Anfang, da gibt's Sachen, die kann ich Jahr für Jahr, Monat für Monat, jedes Mal, immer wieder kommen die Leute mit so Sachen zu mir halt, ne, das ist einfach so, gut, ich mache jetzt hier den Cut, ähm, im Tagesschart können wir noch kurz reingucken, da müssten wir das mittlere Tagessband gesehen haben, das müsste ja hier liegen eigentlich, ne, yo, das hat er getroffen, ist aber jetzt halt wieder unter den Long Trigger zurück, hat jetzt auch die Linie hier ein bisschen aufgegeben, auch wenn man schon sagen muss, dass da eine lange Lunte dran ist, also die ist schon nicht, das ist schon eine eher längere Lunte, aber es ist halt auch gut Movement gewesen halt, ne, ähm, das war ein bisschen gucken, da noch eine rote, alles offen, das ist, da kann man, da kann man nichts rausnehmen, eher eine kleine Vorlage, aber die lange Lunte halt, auf sowas macht der DAX auch gerne mal, direkt Tageseröffnung 1339, Tagesschluss 1477, sowas, das kommt oft auch auf so eine Kombination einfach halt, ne, ähm, ich würde aber deswegen das Setup nicht machen, dafür können wir runtergehen, dafür können wir auf die zwei Stunden gehen, und, ähm, sagen, okay, hier in dem Moment, wo 1420 zum Beispiel fällt, gehen wir einfach nach oben hin, bis hierhin, setzen nochmal raus, weil er vielleicht dann bis zum Tagesschluss auf die 1450, 1470 wegfällt, und dann passt das auch wieder, ne, und ansonsten, wenn er jetzt hier unten weiter treibt, naja, sich nochmal hier drunter legen, und wenn das mittlere Band fällt, okay, aber, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut, ähm, ich denke, mit, den, äh, Kursbereichen hier, 1420, 14.000, unten der, 13, 8, 18, oder eben, extrem 10, bei 27, 2650, die, ich glaube, wenn man sich auf die drei Bereiche konzentriert, dann kann man schon ein bisschen Spaß haben, so am Donnerstag, Bewegung dürfte kommen, das sieht ein Dachs eigentlich, macht da ganz zuverlässig, immer am Donnerstag, und dann viel Spaß, gutes Gelingen euch, und wir hören uns morgen, ja, haut rein, tschö, und wir hören uns morgen,